Was wir heute sehen, ist das Auftragen des Umweltsiegels Blauer Engel auf unser Außenhaus. Denn am 12. August war es soweit, da haben wir dieses Umweltsiegel offiziell verliehen bekommen. Für AIDA Cruises, also für die gesamte Kreuzfahrtbranche, bedeutet das natürlich der, wenn man so möchte, sichtbare Beweis dafür, was alles möglich ist, wenn man wirklich konsequent die Nachhaltigkeitspolitik betreibt. Wir sind noch nicht am Ende des Weges, aber wir haben eine großen Meilenstein vollbracht. Und wir freuen uns natürlich sehr darauf, sehr, sehr viele Nachahmer in der Branche diesbezüglich zu finden.